Wird ein bisschen schwächer, ne? Wird weniger, aber deutlich. Ist der Flex Akkuschrauber der neue Bosch Killer, der den Bosch GSR 150C in seinen Schranken verweist. Flex gibt nämlich 158 Newtonmeter im harten Schraubfall an Drehmoment an. Das ist absolute Topklasse. Der Bosch ist da etwas zurückhaltender, Werksangabe ist 150 Newtonmeter, aber Bosch gibt im weichen Schraubfall 84 Newtonmeter an, während Flex da relativ zurückhaltend ist und sagt 70 Newtonmeter, mehr ist nicht drin. So, und das gucken wir uns heute mal an. Was liegt der Flex preislich? Der liegt im Solo bei 225, mit L-Box gibt es den noch als 260 und dann alles komplett, findet man zurzeit gar nicht im Netz, aber so um die 450 mit zwei Akkus und Ladegeräten. Okay, also vergleichbar mit dem Bosch. Wir haben diesen Neuzugang noch nicht im Einsatz gehabt, das heißt, dieser Test ist mal wieder live mit euch, das heißt mit aller Dramatik, mit allen Überraschungen, mit allen freudsamen Ergüssen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Aber nochmal zum Thema Bosch als unangefochtener König, das ist er ja gar nicht mehr, denn der neue Hikoki ist zwar ein 36 Volt Schrauber, der aber mit einem 18, 36 Volt Akku funktioniert, deswegen kannst du eigentlich sagen, who cares? Und der hat gut abgeliefert, denn... Der hat den Bosch in die Schrankung verwiesen. 86. Genau, und damit ist es der bisher ungeschlagene König, aber wir wollen mal gucken, ob der neue Flex auch der Bosch-Killer ist und die DNA des Flex-Akkuschraubers ist gar nicht so verkehrt, denn dieses 12 Volt, respektive 10,8 steht noch drauf, Akkuschraubergerät ist ein wahres Monster und hat damals auf unserem Prüfstand sagenhafte 28 oder so... Wir sehen 28,8 Newtonmeter. Wir erinnern uns, ein GSR 12V15, der bringt tatsächlich seine Werksangabe von around about 15 Newtonmeter mit einem großen Akku. Dieser ist fast doppelt so stark und damals war, glaube ich, auch irgendwie, wir brauchten die Dinger nicht. Ja, wir sind mit dem Kleinen dran gegangen und diesen fahren dann durch und haben dann gedreht. Vollgas. Und deswegen muss da mit dem Dicken dran gehen, was wir überhaupt nicht... Wir hatten gar nicht den Testaufbau für das, was wir damit dann gerissen haben. Ja, also wir haben es nicht erwartet, auch stärker als mit Walkie. Und dann hat Flex auch nochmal so einen Kandidaten rausgebracht, der erinnert so ein bisschen an den Fein- oder auch vielleicht an den Viergang von Festool. Ja, Viergang-H-Schaltung, hier elektronische Drehmomenteinstellung. Hat auch ordentlich geliefert, aber war jetzt keine Ausgeburt der Hölle. Also im Kraftbereich, wobei Viergang hast du halt hier für Metallbau, Drehen halt höher. Oh, jetzt war aber mehr, ne? Jetzt war aber... Was war das denn? 53,18. Da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Und wir fangen direkt mal an. Kurzer Blick aufs Gerät. Wir haben 18 Volt. Wir haben jetzt hier auch einen neuen Akku mit 8 Amperestunden. Ist ein ordentliches Gerät. Man findet wenig Infos dazu auf der Flex-Seite, außer Marketing-Gedöns natürlich. Ich gehe mal davon aus, aufgrund der Größe, dass die 21700er Zellen verbaut sind. Interessant ist noch, Gerät selber macht einen sehr schönen Eindruck. Flex ist ja eine deutsche Marke. Und ja, Flex hat sich natürlich auch eingebürgert für Winkelschleifer, ganz klar. Haben wir auch mal gezeigt in unserem Made-in-Germany-Special. Das verlinke ich nochmal gerade oben in der Infobox. Wie auch zum Beispiel die Akkuschrauber. Haben wir euch auch schon mal gezeigt. Tatsächlich ist aber Flex mittlerweile in fernöstlicher Hand. Das haben nämlich Chinesen gekauft. So, also Flex, traditioneller Name. Verarbeitung ist gut. Das ist top. Das sieht auch immer gut aus mit dem Flex und so, wenn das so erhaben ist und so. Das finde ich total. Das haben die alten ja, die 12 Volt nicht oder der alte auch noch nicht. Aber jetzt ist das hier so. Ja, die haben das hier als Struktur mit eingegossen. Ich denke, das ist auch direkt im Guss drin. Dann Zweithandgriff, ganz klar. Wir haben eine Metallbohrfutter, allerdings keine Röben, sondern ein Jacobs. Jacobs müsste amerikanisch sein, nicht chinesisch. Obwohl, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch Fernost. Aber ich meine, im Ursprung eine amerikanische Marke ist soweit. Macht das alles einen guten Eindruck. Die Frage ist, haben wir hier einen Kickback? Anti-Kickback? Haben wir dran. Haben wir dran. Habe ich probiert. Das ist das Einzige, was ich mit dem Akkuschrauber jetzt probiert habe. Ob der einen Anti-Kickback hat. Ah, interessant. Kannst du das mal gegenhauen? Interessant. Weiß noch nicht. Es ist nicht genug Kraft. Nee, aber weißt du, was ich glaube? Der reagiert gar nicht auf diese G-Kräfte so, sondern über die Lageänderung. Guck mal. Ja. Also er braucht tatsächlich eine Lageänderung. Vielleicht ist das gar nicht so blöd, weil es gibt ja teilweise die Kickback-Funktion oder Anti-Kickback-Funktion, die auch beim Schrauben schon mal ausschlöst, weil er eben so einen negativen G-Moment oder überhaupt so eine Beschleunigung kriegt. Ob negativ oder positiv. Und wenn er jetzt das hier tatsächlich mit berücksichtigt, also wirklich die Lageänderung, wäre das natürlich sehr clever. Dann haben wir hier noch auffällig eine Turbo-Taste. Die Turbo-Taste macht aber nicht, dass es mehr Leistung ist, sondern mehr Drehzahl. Ja, 27% mehr gibt Flex an. Und die sagen auch, also das ändert sich im Drehmoment nicht. Also du kannst damit schneller schrauben quasi, aber das Drehmoment bleibt gleich. Okay. Ich bin gespannt. Also wir können es ja mal so und so probieren. Wir fangen direkt mal an. Mit der Drehzahl. Ja, was soll er haben? Erster Gang. Erster Gang. 550 ohne Turbo. Sind wir schon drüber, ne? 565,6. Der Turbo war ja nicht aktiv. Immerhin, Kompliment. Nicht geschummelt. Mit Turbo 700, sagen sie, ne? Da stand mal gerade 700,0 Grad drauf. Hast du das gesehen? Ja. 696, irgendwas. Da stand aber auch 700. Auf jeden Fall da schon mal okay. Jetzt kommen wir mal in den zweiten Gang. Was soll er da haben ohne Turbo? Ohne Turbo 2000 und mit Turbo 2,5. 1,990. 1,990. Also 1,990. Die 10. Ja. Das ist bis jetzt einer der ehrlichsten Akkuschrauber, die wir hatten in Drehzahl. Und jetzt bei Turbo? 2,5. 2,5. 54. Also auch, sag ich mal, bis auf ein paar Prozent ist das okay. Man hört es natürlich deutlich. Der Unterschied, wie schnell der da ging. Also Eindruck im Praxistest folgt nochmal. Können wir demnächst euch auch nochmal live zeigen. Am 13.12. Sind wir hier live abends in geselliger Runde mit Igor und schweißen wieder. Das ist der schönste Punkt, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ja, finde ich auch. Aber nicht nur schweißen. Wir wollen auch nochmal was testen und quatschen. Was essen. Wir können ja mal eine Currywurst mit dem Schweißgerät erhitzen. Aber du kriegst den Licht überhaupt nicht hin. Ja, musst du mit Metallpulver würzen. Oder? Ja. Könnte natürlich tatsächlich aber auch eine gute Sache sein, wenn er einfach sagt, okay, er erhöht irgendwie über den Brushless-Controller die Drehzahl. Weil erster Gang 550, ganz gut und schön. Aber jetzt hast du meinetwegen 8x 120er Tellerkopfschrauben. Da hast du ja noch Reserve. Die würdest du auch wahrscheinlich im Zweiten. Aber wenn du irgendwo vielleicht zwischen Erster und Zweiten so einen Step hättest, dass du es nicht schaffen würdest, aber im Ersten einfach noch ein bisschen Drehzahl mehr gebrauchen würdest. Also mehr Speed. Könnte ich mir gut vorstellen. Interessant haben wir so auch noch nicht gesehen. Ja, und im Zweiten auch schon für Metall. Ist das wahrscheinlich interessant, wenn er noch ein bisschen mehr dreht. Ja, klar. Da brauchst du natürlich, je kleiner der Durchmesser, desto höher brauchst du die Drehzahlen. Ich sag mal, dafür sind ja auch die Viergangsschrauber gedacht, die da so bis 4000 gehen in etwa. So, ich bin echt gespannt. Was meinst du denn? Ich denke, der bleibt. Also an die Werksangabe knackt er auf jeden Fall, wenn er so ist wie der 12 Volt und der alte. Warum haben sie da nicht mehr reingeschrieben? Also die waren ja momentan, also die waren ja bislang, ehrlich. Ich denke mal 70 macht er, ne? 70 müsste er eigentlich machen. Wenn er keine 70 macht, wäre es enttäuschend. Wäre schön, wenn er mehr macht. Weil dann haben wir gleich mal einen König. So, 3, 2, 1, los. Jo. 71? 71, 1, 7. Krass. Gut. Also er hat relativ schnell gedreht. Ja. Also die Drehzahl war relativ zügig. Und ich mache einfach mal Turbo. Ich will gucken, was das... Kannst du das neue noch nehmen, oder? Nö. Ob das im Turbo mehr geht? Ja, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir gucken. So, dann hauen wir raus. Ein bisschen... Bringt es sogar weniger. Hast du nochmal Turbo drin? Ne, jetzt ist es nochmal ohne Turbo. Ich habe ein Reset gemacht. 3, 2, 1, los. Wird ein bisschen schwächer, ne? Wird weniger, aber deutlich. Ist der denn warm? Ja, wird warm. So, jetzt 5 Ampere schon Akku. Das werden 18 650er Zellen sein. Das heißt, von der Stromabgabe maximal werden wir ja wahrscheinlich etwas weniger jetzt sehen. Ja, 58, oder? Deutlich, ja. So, jetzt nochmal zum Vergleich. Mal gucken, was er heute bringt. Ja, der hat ja schon mal seine 83 gebracht und so, ne? In irgendeinem Test. Also gucken. Normal müsste er das können. Alter, der kämpft. Der kämpft. Ja, 75,1. 75,1, ja. Das ist unter der Werksangabe, aber reiht sich so ein in dem Bereich. Der qualmt wieder. Der, der Akkuschrauber? Ja. Ja. Doch, hier. Ich habe ja gerade Qualm auch kommen sehen. Aber warum der ist doch... Oder ist das schon wieder ein neuer? Zu dem Thema Qualm. Wir haben ja die Folge gemacht, endlich Nichtraucher. Und, 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 und. Rauchzeichen. Guckt euch nochmal an, da haben wir den Burschen oder seinen Kollegen wirklich gequält ohne Ende. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall mit der anstrengendste Test. Aber, was lernen wir daraus? Wir haben keinen neuen Akkuschrauberkönig. Obwohl 158 Newtonmeter natürlich sehr vielversprechend geklungen haben. Aber, hartes Drehmoment ist Schall und Rauch. Wir testen das weiche Drehmoment, was wirklich für den Schraubfahrer relevant ist. Und ihr habt schon häufiger nachgefragt, was eigentlich mit dem Milwaukee FPD 3 war. Oder ob es da schon Neuigkeiten gibt. Ich habe bisher nichts von Milwaukee gehört. Ich werde mir aber nochmal ein neues Gerät besorgen. Vielleicht war das Serienstreuung, aber wir bleiben dran. Ansonsten natürlich kein schlechtes Gerät, so vom Ersteindruck. Er ist auch wirklich sehr kompakt. Der gefällt mir richtig gut. Griff könnte vielleicht ein bisschen länger sein. Aber natürlich kommt es auch wie immer auf das Ökosystem an. Da müsst ihr mal gucken, was Flex hat. Ich weiß auf jeden Fall, was ich schätze bei Flex, sind die Akku-Poliermaschinen. Da ist Flex natürlich auch sehr stark. Und, man soll es sich glauben, auch Winkelschleifer hat Flex, glaube ich. Aber getreu dem Motto, ihr kommentiert Brockschmidt, spendiert, hauen wir wieder einen raus. Und zwar verlosen wir einen richtig schönen Profi-Akkuschrauber. Wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und was sollt ihr machen? Hashtag Akkuschrauber. Einfach mal eure Meinung hier zu dem Flex. Und eure Meinung zum Video. Und ob ihr das alles gut findet. Und ob ihr gerade gute Laune habt. Wo wir gerade Adventszeit haben, es gibt auch Bescherung. Und zwar jeden Tag bis zum 24. Dezember bei uns. Ja. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bleibt uns treu. Bleibt uns folgsam. Genau. Abo, Knopf nicht vergessen. Daumen hoch und für dich, ne? Dann freue ich mich immer, ja. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt ist der hier blockiert. Aua. Ja. Was ist denn da? Ja. Dann schreiben Sie erstmal. Vielen Dank.